super bomber man herzlich willkommen wir warten gemeinsam auf die nintendo switch und dazu spielen wir seit ein paar tagen super bomber man oder bomber man auf den verschiedenen konsolen querbeet im retro bett natürlich aktuell sind wir auf dem ns unterwegs quasi der große bruder des ns und wir spielen super bomber man es gibt auf diesem system gibt es einige veröffentlichungen von bomber man ich glaube insgesamt vier oder fünf teile sogar wir haben bereits den ausgang gefunden und das spielkonzept hat sich natürlich nicht sonderlich geändert ich spiele gerade mit einem super ns controller also nicht mit der tastatur ich bin mir selbst untreu geworden aber statt könnten erwischen doch den kriegen wir aber noch heute oder da können wir nicht mehr mit der taktik kriegen wir nicht so verdammt ja vom spielprinzip ist natürlich nichts anderes zu sagen die grafik ist ein bisschen ja ein bisschen hübscher wenn man es so ausdrücken darf ach komm lassen wir jetzt mal in ruhe den kriegen wir schon irgendwann können ein paar spezial items gebrauchen das wäre eigentlich eine feine sache weil eine bombe ist halt immer das ist kein standardspruch eine bombe ist ein bisschen zu wenig für die monster jagd jawohl wir haben ein spezial bekommen hätte lieber eine bombe gehabt ehrlich gesagt nein verkehrt gesetzt so aber du solltest jetzt glaube ich erledigt sein sehr schön und eine zweite bombe das sowas schätze ich doch die musik klingt ein bisschen blechern ich habe das habe ich gar nicht so in erinnerung ehrlich gesagt so ist kein original ss sns controller das ist der von gott ich weiß kann gerade gar nicht die marke muss ich gleich mal drauf gucken weil er liegt mich gerade unterhalb meines ich dachte ich müsste wieder von vorne anfangen da habe ich aber mal glück gehabt hier jawohl so ich bin gerade mit kontrolle mit meiner hand unterm tisch deswegen kann ich jetzt da nicht sagen ich glaube der ist von von buffalo wo bin ich hier bin ich gut bisher hat mir glaube ich die pc engine version am besten gefallen aber wie gesagt auf dem was ist das für ein schöner geist hier ach komm ich bin ich eben getroffen worden okay muss man zweimal treffen das wäre ein bisschen fies tatsächlich muss man zweimal treffen rollschuhe da bin ich ein bisschen schneller unterwegs jawohl flop weg ist er also die das steuerkreuz ist nicht die gewohnte nintendo qualität ist ein bisschen hakelig zum spielen so aber ich denke das soll auch erst mal genügen hier für bomber man 1 auf dem sns ja wie blöd ich dachte ich schaffe es noch ich dachte ich schaffe es noch aber nein er hat es nicht geschafft wir machen das taktisch sinnvoll ist bei denen jetzt hier der befreit sich ja jetzt es ist noch zwei geister hier rumfliegen na gut dann müssen wir halt hier ein bisschen taktisch arbeiten so zum beispiel das watschel geräusch ist ein bisschen kindisch sage ich mal so du propeller geist jetzt ist mir hier mal eine bombe hin na okay oh eine bombe nummer drei ganz hervorragend ich kann immer noch welt 1 level 3 vor grad sagen ich kann die grafik nicht so ganz erkennen was es eben gewesen sein sollte jetzt sind wir auf jeden fall im wald oder auf jeden fall in der natur und ich weiß eher nicht was das für gegner sind könnten regenwürmer sein aber so genau kann ich das gerade gar nicht sagen auf jeden fall sind sehr viele da ein bisschen zu viele finde ich für meine zwecke nein verkehrt gesetzt oh eine weitere bombe ganz hervorragend die kann ich gut gebrauchen momentan was habe ich da es ist die zeit der zeiten der zeit zünder ist es nicht schade ich hatte gehofft ich krieg beide ja leute das passiert wenn der pro noob hier zuguckt wie der gegner sterben sterben soll oder sterben will und dann selber quasi in seine eigene falle rennt so müssen wir schauen der wird jetzt gleich befreit dann würde ich vorschlagen wir setzen hier eine bombe da eine bombe mal gucken wo er dann hin läuft hat gut geklappt ach komm vielleicht ist ja noch ein spezial dahinter wir dürfen nur nicht auf das tor schießen zumindest war das bei den anderen varianten so denn sonst haben nämlich probleme von der zeit her haben wir in diesem falle gar keine also sekunden die hoch oder runter zählen sondern dass ich diese punkte tatsächlich ey der der muss man zweimal treffen das finde ich leicht uncool ja verdammt so euch mach ich jetzt fertig das kugelbilly oder was soll das sein hier nein verdammt ne es klappt einfach so nicht so klappt es nicht jawoll eine schutzweste und rollschuhe können wir immer gut gebrauchen hallo warum das denn eben hatte ich noch meine schutzweste an so den kriegt man doch jetzt hier mal hier fertig gemacht das ist ein haben wir immer noch so ein kugelbilly verschnitt da jawoll weg mit dir das haben wir alle monster schon erledigt was jetzt noch fehlt ist tatsächlich den ausgang zu finden das macht er mal so ich muss mich ganz kurz ein bisschen anders hinsetzen ist jetzt so wie auf halb acht so immer noch welt eins level nummer fünf diese kann ich überhaupt nicht leiden diese gegner hier ehrlich gesagt okay ach die machen unsere arbeit sozusagen flop weg mit dir unten ist ein blaues monster das sieht witzig aus so euch mach ich das erstmal fertig hier ja ich mach euch fertig und das ende vom lied ist dass das rote monster frei ist was keiner haben will aber wie schon gesagt er macht auch unsere arbeit oder auch nicht so verdammte axt continue nein ja das war bomber man aus dem hause hatzensoft 1993 erschienen auf dem super nintendo deswegen auch super bomber man zu gucken ach das ist meine lieblingsmusik das ist düm 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 ach schön deswegen mag ich auch deiner blaster so gerne deswegen mochte ich auch die pc engine version bisher sehr sehr gerne danke fürs zugucken sehen wir uns bald wieder zum nächsten bomber man titel bomber man 2 auf dem sns bis dann tschüss Musik